Account, den ich nicht wieder weggeben wollte, sondern den ich behalten wollte. Und bei dem rollen wir jetzt nochmal. Und was darf ich denn heute alles machen? Also du hast mir ja schon so ein bisschen was gesagt, aber sag's doch nochmal für die anderen. Ja, also erst logischweise. Also heute werden Helden gerollt. Das werden allerdings auch mit Talente-Karten, Talente gerollt. Und du darfst ein paar Edelsteine aufmachen. Die Edelsteine würde ich sagen, machen wir direkt auf. Hier, wunderschön. Benutzen, alle, wow, 600 Edelsteine. Das ist richtig schön. Und dann haben wir 80 Kärtchen und, ähm, boah, das war's. Und was darf ich denn nochmal? Du hast vorhin gesagt, dass ich noch was anderes machen darf. Jetzt wirklich? Ja. Rollen, Talente rollen. Ach ja, du darfst noch mein Phantomkönig auf Doppel-Evo bringen. Genau. Dann mach ich das, glaub ich, als erstes, weil ich hab ja gute Erfahrungen damit gemacht, danach zu rollen. Nach der Evo. Phantomkönig. Ist schon ne Evolutionsruhne im Lagerhaus? Ja, 5. Dann... Phantomkönig. Ähm... Gut, Leonie ist zu blöd, Phantomkönig zu finden. Ja, der muss ja schon Evo sein, also... Ah, hier. Ja. Ja, der müsste etwas weiter vorne eigentlich sein. Ähm, ja, drei Karten, würd ich mal sagen. Und dann mach ich jetzt Evo, okay? Genau. Evolvieren. 73 Bücher. Sind Sie damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Okay. Ach, schön. Man sieht gar keinen Unterschied an seinem Aussehen, aber er ist jetzt Doppel-Evo. Ja, die werde ich denn heute noch hochziehen, denn werde ich meinen Spaß damit haben. Ich glaub auch. Und dann kommt noch die Streuung hoch. Und das gehört auch. Die Bücher sammle ich schon mal ein. Und dann rolle ich jetzt. Was brauchst du denn noch? Also ich würde mich sehr, sehr über Schädelkrieger, DD und EGD-Gruppieren, alle freuen. Und, keine Ahnung, für die neuen Dämonen und für den Boss würde ich gerne einen Biestmeister für die DPS haben. Ich weiß nicht, ob du es davor gesehen hast. Ich habe jetzt einen Santa gerollt. Also du hast ja ein bisschen über Übertragung, aber über das Handy deswegen. Und gerade eben habe ich zwischen weggerollt Valentina. Also die war ganz, ganz kurz zu sehen. Ja, dann darfst du das nächste, weil wenn es zum Rollen ist, dann darfst du Waldo auf Doppel-Evo machen. Dann habe ich jetzt auch drei Kopien nochmal von der. Nice. Und Santa auch. Santa habe ich jetzt auch drei Kopien. Ui, cool. Ich mag Evolution. Aber die Games mögen mich gerade irgendwie nicht mehr. Ich habe sehr getestet, ich teste ja immer vorher, wie gerade die so die Chancen auch fällt. Also dann auf anderen Smurfs Accounts. Ja, gut, ne? Also bisher drei Legenden. Drei? Ja, gerade eben bei Atlantikor. Dein Internet ist nicht so gut, ne? Du leckst auch ständig. Tut mir leid. Äh, ich darf runterrollen, oder alles? Ja, dann ist einfach dann eine Talent-Viewer-Karte übrig. Gut. Wir sind auf 150 Games, also die bräuchte ich dann doch noch. Zu spät, Entschuldigung. Ja, dann morgen wird der Quest spätestens. Ja, das passt dann schon. Also du hast jetzt einen neuen Atlantikor, eine neue Walle und einen neuen Santa. Ja, dann packe ich mir den aus. Ich habe noch genug von Doppel-Hebo, dann mache ich mir einen Atlantikor mit einem Einsatz. Ja, das geht. Also soll ich den jetzt auspacken, oder was merkst du jetzt von mir? Hm? Ob ich den jetzt auspacken soll, oder? Nein, 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 das mache ich alleine. Okay, okay. Ähm, ja, dann rollen wir jetzt Talent, das ist schon wieder so richtig schön chaotisch. So. Ja, da sind eigentlich ziemlich gute Talente dabei. Egal. Also, benutzt jetzt mal eine Talent-Karte. Ja gut, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Braust du ein Vierer Lebensanzug? Hm. Hm. Äh, was hat mein Orcsbane? Ein Fünfer-Himmelstorn. Hallo? Ein Fünfer-Himmelstorn. Immer noch ein Fünfer-Himmelstorn. Ja, ich würde sagen, immer noch ein Fünfer-Himmelstorn. Ein Fünfer-Himmelstorn. Super. Da bist du ja wieder. Das dachte ich mir eigentlich auch so. Also. Aber, was hat mein Orcsbane wie ein Talent? Ich weiß es. Ein Fünfer-Himmelstorn. Ja, dann ist das macht frisch. Irgendwo. Okay. Was hat mein Orcsbane? Ein Fünfer-Himmelstorn. Ein Fünfer-Himmelstorn. Äh. Immer noch ein Fünfer-Himmelstorn. Was hat er jetzt? Jetzt hat er immer noch ein Fünfer-Himmelstorn. Ein Fünfer-Himmelstorn. Ein Einser-Kriegsgott. Ein Zweier-Erstreuung. Ah ja, das ist gut für einen Orcsbane. Ne, das hat er nicht. Ein Dreier-Flammwache. Hast du das irgendwo gebraucht? Wahrscheinlich nicht, oder? nein dass du aber auch schon alles haben muss 3er Berserker mann ich hab kein Fünfer Berserker nur das her also auch weg ja das letzte ist ein 1er Selbstzerstörung Selbstzerstörung 1er so war war es das jetzt ne oder ne Events gibt es ja nicht, die gibt es nur auf dem englischen Guard na es gibt schon Events aber nicht die richtigen na Bingo Explosion oder Scheiße, die zähle ich nicht als Event und öffne die Schatztruhe hast nicht genug ausgegeben oder? ne, die sind schon etwas älter aber man kann auch wieder die Gilde vorstellen, die ist ja immer noch da so liebe Leute alter Friese angefühlt von ja und ähm nein Spaß, nicht mein Gefühl aber ja also Niels ist in der Gilde und äh ja ich weiß gar nicht immer ich weiß nicht was ich zu Gilden sagen soll es ist ne Gilde Leute es ist einfach ne Gilde mit gekaufter Flagge also seht ihr cool aus wenn ihr in der Gilde seid ja genau was man denken die Gilde, ja äh die war mal ne volle Gilde dann war ne Gildenfusion und dann war die andere Gilde scheiße und jetzt ist die Gilde wieder da der Abendführer ist noch bei DJ und das ist eine tolle Gildengeschichte wenn ihr mehr über diese tolle Gildengeschichte erfahren möchtet dann tretet doch der Gilde alter Friese bei ist auch kostenlos liebe Leute so ja fast naja wieso fast naja ok tretet der Gilde doch nicht bei also ähm ich würde sagen ich verabschiede mich jetzt bevor ich wieder zu viel quatsche und ich hoffe du freust dich über deine Kopien ja eigentlich finde ich die ist sogar recht nett ok das finde ich gut ich finde die nämlich auch recht nett und ähm dann danke schön dass ich bei dir rollen durfte ja bitteschön und wir sehen uns dann im nächsten Video liebe Leute macht's gut tschüss ja tschüss bis zum nächsten Mal bei 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 über bei Vielen Dank.